Die Abtei Monte Cassino ist das Mutterkloster der Benediktiner in der Provinz Frosinon in Italien. Sie wurde von Benedikt von Nursia im Jahre 529 an der Stelle eines alten Apollo-Tempels errichtet und steht im Range einer Erzabtei. Zudem ist ihr als Territorialabtei ein kirchliches Territorium zugeordnet, das allerdings 2014 auf das Areal der Abtei beschränkt wurde. Der Klosterkomplex liegt auf einem 516 Meter hohenfälsigen Hügel im Stadtgebiet von Cassino zwischen Rom und Neapel. Monte Cassino gilt als eines der bedeutendsten geistlichen Zentren des Mittelalters und erlangte durch große Theologen, Historiker, Mediziner, Exegeten und Mathematiker besondere wissenschaftliche Bedeutung. Geschichte, Gründungsphase und erste Zerstörung Benedikt von Nursia gründete der späteren Überlieferung zufolge im Jahr 529 an der Stelle der früheren römischen Befestigungsanlage Cassino um ein Kloster und verfasste für die Gemeinschaft eine Klosterregel, welche später die Grundlage für den nach ihm benannten Benediktinerorden wurde. Im Jahr 577 wurde das Kloster durch die Langobaden zerstört. Ab Petronax von Brestia besiedelte es im Jahr 717 im Auftrag Papst Gregors II. und unterstützt durch Willibald von Eichstätt neu. In der Folge gewann das Kloster rasch an Bedeutung. Der fränkische Hausmeier Karl Mann verbrachte seinen Lebensabend in Monte Cassino. Sein Neffe Karl der Große besuchte das Kloster 787, stattete es mit umfangreichen Privilegien aus und ließ sich eine authentische Abschrift der Benediktsregel geben. Das Kloster Fulda wurde unter Abt Stoemius nach dem Vorbild Monte Cassinos erbaut und reguliert. Paulus Diakonus, ein langobadischer Adliger, verfasste hier als Mönch seine Historia Langobadorum. Auf dem Aachener Konzil wurde die Benediktregel als allein verbindliche Mönchsregel festgelegt, was die Bedeutung des Klosters als Gründungskloster des lateinischen Mönchslebens erhöhte. Zeitgleich unter Abt Gisulf wurde eine dreischiffige Kirche errichtet. Das Kloster wurde 883 von Sarazenen ausgeplündert und zerstört. Ebert Arius wurde bei dem Überfall getötet. Die Mönche zogen sich nach Teano, später nach Capua zurück. Die klüniazensische Reform des Ordenslebens konnte aufgrund der normannischen Präsenz nicht richtig Fuß fassen. Auch wenn Abt Aligenus als Schüler Ordos von Klüni den Versuch unternahm. Die Äbte und späteren Päpste Friedrich von Lothringen und Disaitreus ließen das Kloster ausbauen. Und die nahegelegene Schule von Salerno erlangte unter der Schirmherrschaft der Benediktiner einen hervorragenden Ruf als medizinische Ausbildungsstätte. Während der Amtszeit des Disaitreus füllte sich die Bibliothek des Klosters zudem mit Handschriften, unter anderem auch Schriften der Mönche Amatusch und Petrus Diakonus, die mit Miniaturen ausgeschmückt waren. Mit Mosaiken, E-Mail-Malereien und Goldarbeiten orientalistische Erprägung. Am 1. Oktober 1071 weihte Papst Alexander II. eine neu errichtete Basilika ein. Mit Paar alles II. wurde 1118 ein weiterer Mönch aus Monte Cassino zum Papst gewählt. Zumindest zwei Äbte wurden auch zum Kardinal ernannt. 1230 besetzte Kaiser Friedrich II. auch König von Sizilien das Kloster und vertrieb die Mönche. Unter Papst Coelestin V. wurde die Abteil 1294 in die Kongregation der Coelestiner eingegliedert. 1321 erhob Papst Johannes XXII. das Kloster und sein Territorium zur Diözese. Dieses Privileg wurde 1367 wieder abgeschafft. In der Zwischenzeit im Jahr 1349 wurde das Kloster durch ein Erdbeben zum dritten Mal fast völlig zerstört. Während des nachfolgenden Wiederaufbaus wurden verschiedene Ergänzungen und Verschönerungen im Stil der Renaissance und des Barock vorgenommen. Die dem Kloster sein stattliches Aussehen verliehen, das es bis zum 15. Februar 1944 beibehalten hat. In der Entphase des Zweiten Weltkriegs war Monte Cassino Zufluchtsort für Zivilpersonen. Trotz gegenteiliger Versicherungen seitens der Wehrmacht und des Vatikans befürchteten die Alliierten, dass sich aufgrund der militärisch günstigen Lage deutsche Soldaten im Kloster aufhalten könnten. Die deutsche Seite gab Anweisung, sich keinesfalls der Anlage zu nähern und tat dies über unverschlüsselte Funksprüche auch kund. Die Alliierten führten am 15. Februar 1944 einen massiven, dreistündigen Bombenangriff auf das Kloster durch, wobei 250 verbliebene Flüchtlinge und Mönche den Tod fanden. Mit Ausnahme der Krypta wurde das Kloster an diesem Tag bis auf die Grundmauern zerstört. Nach der Bombardierung rückte die Wehrmacht in die Ruinen ein und besetzte sie für die Dauer mehrerer Monate. Es folgte eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, die Schlacht um Monte Cassino. Der Vatikan erklärte später, vor der Bombardierung hätten sich weder deutsche Soldaten noch Kriegsgerät im Kloster befunden. Der Wehrmachtsoberstleutnant Julius Schlegel hatte, als sich die Front näherte, die Kunstschätze des Klosters Monte Cassino auf 100 Armeelastwagen verladen lassen und in die Engelsburg nach Rom evakuiert. Der Wiederaufbau des Klosters war nicht zuletzt deshalb möglich, weil Julius Schlegel auch alle Baupläne rettete. Nach 1945 wurde die Abtei mit Hilfe des italienischen Staates in zehn Jahren nach den ursprünglichen Bauplänen wiederaufgebaut. Dem Leitsatz des Abtes Sede von Soerea, wo es stand und wie es war, folgend. Am 23. Oktober 2014 gliederte Papst Franziskus mit dem Motu Proprio Ecclesia Catholice die 53 bisher zur Abtei Monte Cassino gehörigen Pfarreien, den Weltklerus und die Seminaristen in das gleichzeitig umbenannte Bistum Sora Cassino Aquino Ponte Corvo ein. Am 22. November 2014 wurde Erzab Donato Ogliari von Marc Cardinal Uellet als neuer Territorialabt von Monte Cassino in der Abtei Kathedrale in sein Amt eingeführt. Galerie zur jüngeren Geschichte Punkt, 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 Sehenswürdigkeiten Man betritt das Kloster über den Kreuzgang am Eingang. An dieser Stelle stand an dem Apollgeweiter Tempel, den Benedikt in eine Kapelle für das gemeinsame Gebet der Mönche umgewandelt und dem HL. Martin, dem Bischof von Thurs, geweiht hatte. Im Jahre 1953 fand man bei Bauarbeiten Reste der ursprünglichen Fundamente dieser Kapelle. Hier verstarb der HL. Benedikt, wobei er die von Papst Gregor I. dem Großen beschriebene Haltung einnahm. Aufrecht, von einigen Mönchen gestützt, nachdem er die Eucharistie empfangen hatte. An diese Episode erinnert eine Gruppe von Bronzefiguren inmitten des Kreuzgangs, die ein Geschenk Konrad Adenauers sind. Von hier aus gelangt man in einen weiteren Kreuzgang, der dem Renaissance-Künstler Bram Ante zugeschrieben wird und nach ihm auch benannt ist. In der Mitte befindet sich eine achteckige Zisterne, an deren Seiten korinthische Säulen ein Krönungsgebell tragen. Von den Balkonen dieses Kreuzgangs fällt der Blick auf den Friedhof, in dem mehr als 1.000 polnische Soldaten begraben liegen, die in den Kämpfen von 1944 ihr Leben ließen. Zu Füßen der Treppe stehen zwei Statuen. Links die des heiligen Benedikt, die während der Kriegszerstörung fast unversehrt geblieben ist und aus dem Jahre 1736 stammt. Zu seinen Füßen ist die Inschrift zu lesen. Benediktus givenit in nomine domini. Rechts findet sich die Statue der H.L. Scholastica, die eine Nachbildung der zerstörten ursprünglichen Statue ist und die Inschrift trägt. V.N. Kolumba M.I.A. V.N.I. Koronaberis. Am Ende der Treppe gelangt man zum oberen Kreuzgang. In den beiden Nischen aus Graum-Marmor stehen die Statuen Urbans V. Ein Werk aus dem 18. Jahrhundert sowie Clemens Xie, der die Abteil großzügig unterstützt hatte. Der vor der Kirche befindliche Kreuzgang im reinen Renaissance-Stil wird wegen der Statuen von Päpsten und Herrschern, die sich im Laufe der Jahrhunderte gegenüber dem Kloster großzügig gezeigt hatten, Kreuzgang der Wohltäter, genannt. Punkt. Punkt. Die Fassade der Kathedrale harmoniert mit der architektonischen Struktur des Kreuzganges. Im Bogenfeld findet sich das Wappen von Monte Cassino und seinen Äbten. Ein auf den Hinterbeinen stehender Löwe und ein zwischen zwei in den Himmel ragenden Zypressen errichteter Turm. Das Kirchengebäude wurde nach den ursprünglichen Plänen des 17. und 18. Jahrhundert wieder aufgebaut. Von dem vorangegangenen Baumaterial, wie dem Marmor, ist vieles wieder benutzt worden, um die Böden neu anzulegen, die Wände zu vertiefeln oder sie mit Einlegearbeiten zu versehen. Hingegen ist die ursprüngliche Ausschmückung durch Gemälde, seien es Fresken oder Leinwandgemälde, die sich an den Gewölben oder Wänden befanden, für immer verloren gegangen. Auf der Rückseite des Altars befindet sich das Grab des Heiligen Benedikt. In der Abteikirche gibt es drei Orgeln. Die Hauptorgel in dem historischen Orgelprospekt wurde 1953 von dem Orgelbauer Wink & Somas Kioni erbaut. Das Instrument hat 88 Register auf 4 Manua-In und Pedal. Andere Orte gleichen Namens. Monte Cassino ist auch der Name eines Bergs bei Sierchano in Polen, auf dem sich ein Sendeturm befindet. Siehe auch. Kirchenregion Lazium. Liste der Abte von Monte Cassino. Hier ist es für die Abteikirche. 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 Vielen Dank.